Dieser Auftrag wurde in der Standard-Farbsequenz ohne Lack auf matt gestrichenem Papier produziert und mit unserem Drystar LED-System getrocknet. Bei konventioneller Produktion müsste eigentlich immer ein Schutzlack aufgetragen werden, um Kratzer zu verhindern und den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Jetzt können die Bogen aber, sobald sie in der Auslage sind, weiterverarbeitet werden. LED- und LE-UV-Trocknung reduzieren also nicht nur die Produktionszeiten, um kürzere Lieferzeiten zu erfüllen und Platz im Drucksaal zu haben, sondern lassen auch die Entscheidung offen, ob ein Lackierwerk entweder nicht angeschafft werden muss oder für Sondereffekte eingesetzt werden kann. Mit unserem Drystar LED-System spielt die Größe des Druckbogens im Verhältnis zur eigentlichen Formatgröße der Maschine keine Rolle, da die LED-Module in Abhängigkeit des Druckbogens an- oder abgeschaltet werden.